Hello Man Ich bin schlauer als vor 10 Jahren Was ich gestern auch behauptet Ab bis heute in die Praxis eingegangen Was mir Ausstrahlung bedeutet Gute Freunde Anerkennung stil zu ließ Sie fliegt zu mir Sei lieb zu dir Schauspielkunst ist nie das Ziel Keep it real Das Leben ist konfliktgetränkt Und Aufgaben zu lösen Gibt dir Energie Tromanstra hier von Hautfarbe und Herkunft Konzentrier dich auf die Atmung Und du warst Moin Yo Der Videotitel wird vermutlich Irgendwas mit Heidi Heidi Blacksmith Und Liebe Oder Leidenschaft Oder irgendetwas in dieser Form sein Ich wollte euch einfach mal ganz kurz Mein neues Heidi zeigen Ist noch nicht allzu lange bei mir Neben Neben Zwei Klappmessern Die ich aktuell trage Begleitet mich ja Dieses Dieses Heidi Modell Jetzt aktuell auch Wir haben hier Balbach Damast Wir haben Wunderschönes Stabilisiertes Lichtschillerndes Ja Holz Wirklich Wirklich schön Das müsste stabilisiertes Ahorn sein Richtig nice Schön dünne Klinge 2,6 mm Um den Dreh Müsste das sein Und der Flachschliff Läuft richtig fein aus Ich habe eine Materialstärke Von knapp über 0,3 mm Gemessen Ein herrlicher Herrlicher Schneiteufel Wirklich ein wunderschöner Begleiter Circa 18 cm lang Passt mir perfekt In meine Pfoten rein Heidi So ein geiles Teil Mein Freund Vielen vielen Dank Für den super Deal Ein geiles Teil Die hatte Hammer Das musste auch her Ich habe mein letztes Heidi Ja mal wieder An Knife Buddy verschenkt Und Leben ohne Heidi Das geht nicht Von daher Ja bin ich Bin ich Freue ich mich sehr Für Für Ja Dieses Dieses tolle Auf dieses Ja ihr seht schon Wortfindungsstörung Ich sollte nicht so viel labern Einfach nur das Messer zeigen Jo Heidi Blacksmith Ja Mein neues Modell von ihm Sehr geiles Teil Wollte ich euch einfach nur mal kurz Nur mal kurz zeigen Und ich packe euch noch Ja ich packe euch noch ein paar Bilder mit hinten dran Mal gucken Vielleicht noch ein bisschen schnitzen Oder irgend sowas Jo das war es auch schon Bleibt gesund Peace Hey Partikel Schon gemerkt Du strahlst aus Mit dem ersten Tag in einem Leben Nimmst du Fahrt Mit etwas Glück kannst du in einem Warnes groß werden Hast du weniger Glück Musst du ballastlos werden Wenn du losmarschierst Musst du schauen was in dein Rucksack ist Bist du Rudi 2.0 Oder mein Ufra Was im Sinne des Lebens Inspiriert Lebt gefährlich Nicht nur 68 Zeigt Das ist dir das wert Heute ist es schlau Es durchdringt dein Leben Wie Nie zuvor Was brauchen wir Und wovon reden sie Ist ihre Strategie Weiter uns klein zu halten Hilft's hoffentlich Instinkte des Angriffs einzuschalten Ja du kannst Potenzial Explodieren lassen Die Werte wie Respekt Dachtsamkeit und Frieden macht Diese Teilchen beschleunigen Radikal Welche Wellen willst du schlagen In Partikel du hast sie Ohne es loszuschicken Reiß dein Inspirationspartikel Durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Reiß du auf Verfehlt sein Ziel Und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht spüren Dein Kopf ein Kribbeln Ohne es loszuschicken Reiß dein Inspirationspartikel Durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Reiß du auf Verfehlt sein Ziel Und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht spüren Dein Kopf ein Kribbeln Der Roboter-König Vor der Königsfond Perlisskabel Was ein schöner Tag Ich muss los Und will dir Tschüss sagen Ich komme Sag wohin willst du Oh wie schön Die ganze Nacht Nur fühlen Wie beim Fußballspielen Licht zählt Als ich den Wenn du über den Zaun schwebst Es ist wieder 6 Uhr morgens Dabei wollte ich heute nicht ausgehen Maas der ist sicker Anstopsack Inspirieren uns wie Ortsacks Wir rennen erfolgreich Vor den Kops weg Ninja Turtles Keine Hexe Ohne Rekorder Damals fielten wir im Cam Auf das TV Denn dann lief Michael Jacks Angepasste Dudes Denn uns Versager und Verbrecher Unerwartbar Ich bin Rapper So wie Jana und Dalet Meiradane und ein Bella Bella Ciao Und einer Zeit Passage Schweißgebadet Halten wir den ganzen Tag Die Scheißblock Es lässt sich echt alles ändern Und man muss nur wissen Wie you and me We will all go down in history All is supposed to shake